Das sind Accio und Brackelmann. Und das ist Büttenwarda. Es gibt immer was Neues aus Büttenwarda. So wie ungeahnte Verwandtschaftsverhältnisse. ... war Johann Wolfgang von Goethe. Ja, ich glaube fast meine Urgroßmutter war mit Goethe erlogisch. Büttenwarda ist das Las Vegas des Nordens. Rufladenroulette ist mal was anderes. Auf irgendein Feld setzen und wenn Elfriede dann genau dahin scheißen... ...dann kriegst du das. Wann? Ich hab ein ganz tolles Spiel erfunden. Das ist ein Ziegenlotto. Den macht die Bank. Brackelmann. Büttenwarda ist die Schmiede neuer Geschäftsmodelle. Die Chinesen machen alles nach. Ja, aber ich sag auch immer, wenn einer die Idee hat, ne Idee nachzumachen, dann ist das ja auch ne Idee. Sag mir doch das mal! Ja, was denn? Das ist der Sinn des Lebens! Meine Scheiße! Ist schon gar nicht so schlimm, wie die Leute sagen! Das sind Dealer. Die hab ich für drei Tage bezahlt. Die sollen sofort ruhig sein, Mann! Das nervt! Hör mal auf, das nervt! Und hier unsere Lösegeldforderung. 200 Euro. Das ist ja gewaltig! Weißt du was, Otje? Ideen sind immer noch das Beste. Ja. Das ist ganz egal, wer es sich hatte. Die. 4. Ind丈 ja.